Yo, Leute, was geht ab? Habt ihr wieder am Start? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der YouTuber-Insel, Leute. Ja, immer noch kein Zeichen von meinem besten Freund, Erweif zu sehen, Leute, aber ich hab mir jetzt Gedanken gemacht und was würde Erweif wollen? Was hätte er gemacht, wenn ich einfach mal schwimmen wäre, Leute? Ganz genau, er hätte weiter gemacht, Leute. Er hätte weiter damit gemacht, was unser Projekt ist. Unser Projekt war die Himmelskriege. Und deswegen, Leute, werde ich hier weiter dabei sein. Ich werde weiter hier meinen Vollgas geben. Und ich hab mir noch was gedacht, Leute. Dafür will ich noch hier die Himmelsinsel weiter noch ein bisschen besser machen. Und unsere Hauptaufgabe ist es, Frieden auf der YouTuber-Insel zu machen. Wir haben ja gesehen, die Leute sind ein bisschen am durchdrehen gerade so. Vielleicht finde ich ja bald noch ein Gespräch mit Stani, um den ein bisschen runterzukullen, dem klarzumachen, dass dieses Ganze, ja, mit den Kristallen und so, alles cool ist, alles schön und gut. Aber der, der ja nicht alles hochjagen soll, keinen Attentat mehr auf die Präsidentschaftswahlen machen soll. Und außerdem müssten wir auch irgendwie hinkriegen, das mit Timmy, Leute. Für die Leute, die es mitbekommen haben auf dem Craftmeer-Channel, hat Timmy versucht, um hier ein Gespräch zu führen. Aber ich war abgelenkt, Leute. Ich war auch sauer, weil Erweif nicht da war. Ich war ein bisschen gebrochen und hab erstmal abgeblockt. Und jetzt will ich mal vielleicht gucken, vielleicht treffen wir den heute an, um das Ganze herausfinden, ob er wirklich Frieden will. Ob wir das hinkriegen, Leute. Ich glaube, das würde Erweif auch glücklich machen. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum er wiederkommen wollen würde. Ich hab mir aber gedacht, Leute, wir haben hier noch einen, ich will einen zweiten Beacon machen. Und zwar muss ich mich dafür einmal hier kurz so runterbauen. Und dafür brauch ich mal eins. Das ist das erste Gold. Zweite, dritte, vierte. Und hier beim fünften kommt der Beacon hin, Leute. Und zwar will ich jetzt hier eine Plattform machen, ja. So, genau. Hier war da ja das Zentrum. Das heißt, wir müssen jetzt hier von überall vier Blöcke gehen. Eins, zwei, drei. Und dort drüben müssen wir auch nochmal vier machen. Das werden wir kurz bauen, einen zweiten Beacon, meine Freunde, um nochmal neuen Effekte reinzuklatschen. Oh nein. Oh, perfekt. So, auch hier ist eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Das müssen wir jetzt einmal ausfüllen. Wir machen mal ganz kurz das hier weg, meine Freunde. Jetzt müssen wir einmal hier überall so durchgehen. Ist jetzt nicht das Schwierigste, aber auch nicht das Einfachste. Ja, es ist ein bisschen zwei... Oh nein, hier. Hier haben wir schon mal den ersten Fehler gemacht. Die bauen wir kurz ab. Eins, zwei, drei, vier. Leute, bevor das Video weitergeht, möchte ich den Sponsors heutigen Videos vorstellen. Dafür habe ich mich kurz bereit. Und zwar World of Tanks Blitz. Leute, über 140 Millionen Downloads und Millionen Spieler täglich. Überzeugt euch selbst, warum sie jeden Tag sich einloggen und dieses Panzer-Erlebnis nicht verpassen wollen. Das Spiel bietet euch über 450 verschiedene Fahrzeuge, 31 Karten und 8 spezielle Modis. Actionreiche 7 gegen 7 Kämpfe, wo ihr eure Strategien und Taktiken beweisen könnt. Man spielt mit Panzer, man fährt sie, man zerstört seine Gegner und ein Hangar, wo du über 450 Panzer lagern kannst. Lass ich euch da nicht mit leeren Händen reingehen. Das Spiel ist kostenlos, meine Freunde, aber ich habe noch einen kleinen Bonus-Code für euch. Das heißt, ihr kriegt Geschenke von mir. Mit Blitzblast23 bekommt ihr den Panzer M22 Locust, ein Hangar-Stellplatz und 7 Tage Premium. Umsonst, aber wichtig, nur für neue Spieler. Ansonsten könnt ihr gerne den QR-Code scannen und ich habe für euch noch einen Link vorbereitet in der Videobeschreibung, in den Kommentaren. Klickt einfach auf den Link und dann könnt ihr das ganze Spiel sofort kostenlos herunterladen. Unterstützt mich sogar dabei noch. Worauf wartest du noch? Stürzt dich in die Action, Motor an und viel Spaß beim Spielen und ein großes Dank geht raus an World of Tanks Bits für das Sponsor dieses Videos. Und der gute Spaß geht jetzt hier weiter. Dann machen wir hier 1, 2. Dann müssen wir jetzt hier noch eine klutzige Plattform weiter ausbauen. So, dann connecten wir einmal das so durch. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4. Ich habe wieder einen Fehler gemacht, meine Freunde. Dann machen wir hier 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Perfekt. Leute, so baut man Beacon auf der anderen Seite. Und dann machen wir noch einen schönen zweiten Effekt dahin. Und dann geht es auf den Himmelsinseln uns hoffentlich schon mal viel besser, meine Freunde. So, das Ganze müssen wir jetzt hier nochmal ausfüllen. So, zack, 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 zack. Nein, und ich falle halt runter, Leute. Weil, wenn einer runterfällt, dann bin ich es mal wieder, ne? Dann gehen wir mal kurz hier ins Wasser und fallen wieder ein Stück runter. Och, Leute. Also, wirklich. So, dann machen wir das mal hier. Die machen wir mal auf schnelle Welle voll, damit hier alles funktionieren tut. Zack, 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 zack. Sehr gut. Und nun müssen wir einfach eine Reihe hier wieder runtergehen, Leute. Damit der Beacon sich mäßig aufbaut. Ihr wisst, das ist in Pyramidenform. Den Beacon machen wir natürlich auch wieder an Gold. Leute, wie krass wäre das, unter jeder Insel ein Beacon zu machen. So, dann müssen wir das noch mal ganz kurz so ausfüllen. Guck mal, Leute. Ich mach direkt den zweiten Step schon, damit wir später das gar nicht mehr so schwer haben. Zack. Guck mal, Leute. Ist das nicht smart, direkt hier so zu bauen? Okay. Nein. Natürlich wäre auch smart, nicht runterzufallen, aber man kann ja nicht alles von jedem erwarten. Ey, sowas kann wieder nur mir passieren, oder? Oh, Wasser ist weg. Wollen kurz Neues. Oh, perfekt. Guck mal, Leute. Wie easy das ist. Einmal so, damit ich hier runter kann. Perfekt, Leute. Oh, nein. Sowas passiert auch wieder nur mir, ne? Sowas passiert aber auch wieder nur mir. Aber wartet, Leute. Ich mach's einfach ganz smart. Ich kann ihn hier einmal rausbauen. So. Und damit haben wir, glaube ich, das Ding für den Beacon fertig. Ja. Und da muss unten nur noch der Beacon hin, Leute. Und Timmy ist online. Ich schreib dir mal. Timmy. Hey. Warte mal gucken, ob er mir antwortet. Ich werde mir hier ganz kurz alles abmachen. Natürlich haben wir wieder irgendwas vergessen hier. Kann's auch nicht anders sein. So. Sehr gut. Die Plattform machen wir. Was geht? Message. Timmy. Du hast letztens gemeint, du willst Frieden haben. Steht das immer noch? Fragezeichen. Weil wir müssen halt wirklich wissen, ob er das will oder ob er das nur in einem Tag gesagt hat. Ob er jetzt wieder komplett sauer ist. So. Wir haben ihm das kurz geschrieben. Wir machen hier ganz kurz das ganze Stein weg. Und ich muss natürlich vorbereitet dorthin gehen, weil wenn er einen Angriff da plant mit seinen anderen Höllenkriegern. Ich bin alleine, meine Freunde. Ich habe gerade niemanden, der mir helfen kann. Und aus dem Grund muss ich das auf jeden Fall vorbereiten. So. Wir packen das mal ganz kurz hier hin. Ich habe ja meine Ender-Chest noch Sachen, die für den Kampf ganz gut sind. Da haben wir irgendwas mit den Totems. Wo haben wir denn hier die ganzen Totems und so? Ah, hier waren die drin. Er hat geschrieben. Natürlich, ich bin gerne dazu bereit. Ehrlich. Okay. Okay, lass uns treffen. Alleine. Zum Reden. Leute, wir müssen mal gucken. Kriegen wir es hin? Ich finde, als Himmelskrieger sind wir dazu verpflichtet, um zu checken, ob das ernst gemeint ist oder ob er das nicht ernst meint. So. Wir holen natürlich drei Totems mit, meine Freunde. Ich muss auf jeden Fall sicher gehen, dass mir da nichts passiert, Leute. Weil das wird auf jeden Fall nichts Einfaches. So. Wir packen unser ganzes Gold dahin. Mal die ganzen unnötigen Sachen tun wir auch. Enderperlen wichtig. Zack, zack, zack. Unser Horn ist immer wichtig, Leute. Unser Horn holen wir immer mit. Wir tun die Totems kurz da rein. Unsere Litra. Ich bin bei deiner Insel ohne Waffen. Oh, der ist hier. Du bist schon da? Wir fragen dir mal. Du bist schon da. Auf der Farminsel. Leute, wenn er auf der Farminsel ist. Hier ist er nicht, meine Freunde. Okay, sehr gut. Hier ist er nicht. Wir werden mal rüber zur Farminsel gehen. Wenn er dort ist, Leute. Da juckt mich echt nichts mehr. Da ist schon alles kaputt. Okay, Leute. Er ist dort. Wir werden uns mal kurz anschauen, Leute. Ich weiß noch nicht. Ich kann ihm noch nicht ganz trauen, Leute. Aber wir werden ihm eine Chance geben. Wir müssen an das Gute, an Timmy hoffen. Und wir werden ihm eine Chance geben. Er hat sehr, sehr, sehr viel Mist in der Vergangenheit gebracht. Aber ich bin bereit, das Gespräch mir anzuhören. Ah, hier war das, wo wir es erstmal Timmy geschnappt hatten. Und ja, ich bin mal gespannt. Okay, meine Lytran sind alle okay. Leute, wir werden uns aber schön hochfliegen. Ich will uns checken, ob noch irgendwer da ist. Timmy ist da alleine. Ich muss da ganz kurz in meine XP-Farm gehen. Okay, hier ist keiner. Ich sehe hier auch keinen. Aber sonst ist doch niemand von denen online. Irgendwie okay. Amir, bist du das? Ich bin das. Hey, wie geht es dir? Wie geht es dir, Amir? Na, das ist klar. Ich ziehe auch gerne meine Ausrüstung aus. So, Tote mache ich auch weg. Dass du auch siehst, dass ich es ernst meine mit dir, Amir. Ja, ich hoffe, wenn du mir nicht übelst, dass ich meine Sachen erstmal anlasse. Okay, ja. Nö, kann ich verstehen. Amir ist ja wirklich sehr viel passiert. Und ich muss auch ehrlich gestehen, ja, das ist auch meine Schuld. Aber ich will das mit allen klären. Deswegen, ich habe auch schon den Lotus... Lotus-Clan eingeladen. Es fällt mir schwer, das nochmal zu sagen, Amir. Lotus-Clan eingeladen habe ich. Und ich würde dich gerne auch einladen. Und natürlich auch erweif und so. Für ein Friedensgespräch, oder was? Ja, genau. Für ein richtiges Friedensgespräch, wo man sich aussprechen kann. Wo ich vielleicht auch Dias für die ganzen Schädenzahl, weil ich muss das ja irgendwie wieder kompensieren. Weißt du? Das muss ja auch fair sein. Und wenn ich missbaue, muss ich dafür gerade stehen, Amir. Stimmt? Mhm. Genau. Und deswegen habe ich gedacht, ey, weißt du was? Ich werde wieder tagelang durchfarmen, werde einiges wieder aufbauen, werde Dias farmen, dass ihr wieder, naja, den Frieden habt. Und ich werde nicht so gesehen von den Höllenkriegern. Das muss ich aber im Gespräch dann nochmal verabschieden. Naja, ich verabschiede mich dann auch von den Höllenkriegern, denke ich mal. Darf ich dir eine Frage stellen? Natürlich! Wie kommt der Sinneswandel? Guck mal, das Ding ist, ich weiß nicht, ich kann dich ja... Du weißt bestimmt, ich habe eine Baseball in der da, bei der Hölle, ne? Mhm. Und guck mal, ich habe bei Rustic gesehen, dass da wieder alles gesprengt hat, alles kaputt gemacht hat. Ich habe Banks als Gegner, Stani als Gegner, ich habe Arvive als Gegner, die... Ich habe alle, jeglichen YouTuber auf der Insel, kann man sich eigentlich ausdenken, habe ich als Gegner. Und dann stimmt ja irgendwas nicht. Also, dann muss ich ja falsch liegen. Verstehst du? Mhm. Das macht ja Sinn so. Ja? Der Sinneswandel, verstehe. Genau, genau. Weil ich die ganze Zeit fertig gemacht habe, dann hat mich Stani mit seiner Hand gekleppt, ja? Eins gegen eins und ich kann das alles nicht mehr, Armin. Ich bin schlecht im PvP, ich bin Noob und das muss ich halt eingestehen. Kannst du mir gerade eine Minute geben, ich will ganz kurz drüber nachdenken. Ja, natürlich, klar. Alles gut, ich bin drüber nach. Ja, ja. Leute, das hört sich schon fast so gut an, dass er sich entschuldigt und sagt, ja, ich kann so nicht mehr weitermachen und dies, das, ich will nicht mehr Ärger haben. Das würde ich ihm glauben. Aber wiederum, Leute, dass er so anfängt, ja, ich bin Noob und so. Ich bin da noch skeptisch, Leute, aber die Himmelskrieger müssen denen eine Chance geben, weil das ja unser ultimatives Ziel ist, dass eben sowas nicht mehr vorkommt. Und wenn er uns die Hand reicht, dann müssen wir sie greifen, Leute. Ob die Hand jetzt in Sicherheit bleibt von uns oder ob er die angreift und uns angreift, das müssen wir da herausfinden. Ein Himmels, ein Friedensgespräch. Gut, wenn der Lotus-Clan Menschen dabei sind, dann sind wir eigentlich auch gut bedeckt, Leute. Was glaubt ihr? Würdet ihr ihm eine Chance geben? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Wir reden jetzt mit ihm. So, Timmy. Natürlich. Amir, was geht? Also, ich sage dir ehrlich, es freut mich, das zu hören, wie du gerade denkst, wie du redest. Jawohl. Ich kann dir auch nicht zu 100% vertrauen. Trotzdem bin ich bereit, an diesem Friedensgespräch teilzunehmen. Ach, oha. Ja, super, Amir. Sehr gut. Für die Himmelkrieger. Jawohl. Himmelkrieger. Himmel. Ja, genau. So sieht es nämlich aus. Ich habe die Seiten gewechselt. Weißt du denn, wo das stattfinden soll? Ich habe noch kein genaues Treffen, aber ich würde vorschlagen, dass wir das auf einer Insel machen, wo niemand zuvor war und dann einfach uns hinsitzen an den Tisch und jeder redet. Und dann könnt ihr mir alles sagen, was ich machen soll, damit es wieder gut und Frieden auf der Insel herrscht. Was hältst du davon? Hört sich gut an. Ich bin bereit für ein Gespräch. Sehr gut. Weil wir verbrauchen die ganze Zeit so viel Ressourcen. Ich muss die ganze Zeit einen neuen Netherite-Ausrüstung machen. Das ist komplette Verschwendung, Amir. Weißt du? Das bringt doch alles nichts. Ja, genau, genau. Genau, und du verschwendest dein Gold für Goldäpfel. Du kannst aber schöne Gebäude da mit dem Gold bauen. Das ist doch viel schöner. Ja, ja, stimmt. Ja, siehst du? Genau, genau. Und ja, ich würde auch sagen, Amir, ich habe noch ein bisschen was zu erledigen. Wir hören uns einfach später, Amir, ja? Ja, ja, wir hören uns später. Ja, wir hören uns später. Tschüss. Weil der hat ein komisches Lachen gehabt. Ich tue so, dass ich woanders hinfliegen würde. Okay, Leute, in die Richtung ist er geflogen. Er ist da oben. Er ist in die Richtung hier geflogen, Leute. Wir werden ihn mal ein bisschen verfolgen, Leute. Wir hören uns gleich wieder. Leute, Leute, ich war gestern, auf die Aufnahme weiter zu machen. Ich habe gesehen, wie er hier reingegangen ist, meine Freunde, in dieses Nether-Portal. Wir müssen da mal ganz kurz hinterher fliegen, Leute, weil ich traue ihm noch nicht ganz. Das war so komisch. So, wir gehen rein. Er ist natürlich ein Goldabgift für alle Fälle. Oder so, aber ich glaube nicht, ey. Ich habe hier auch extra eine Markierung gemacht. Wisst ihr was? Ich glaube, wir müssen in die andere Richtung. Ja, genau, wir müssen doch hier hin. Leute, okay, zum Glück habe ich mich noch versteckt. Er ist in die Richtung geflogen, hier. Er meinte, er hat irgendwie eine Markierung gemacht. Oh, Leute, hier dieses Pinkel. Wohin führt das? Den müssen wir einmal ausschalten hier. Den haben wir ausgeschalten. Wir müssen mal weiter hier gucken, Leute. Wir befinden uns gerade im Nether. Hier leuchtet wieder. Ey, das ist ungewöhnlich. Die wachsen eigentlich nicht hier. Lasst uns mal... Oh, hier ist auch wieder was gebaut worden. Wir müssen die mal ganz kurz hier hinterher. Leute, sind das hier so... Sind das so Indizien, wo seine Base ist? Hä? Das ist ein Wither. Oha, das sind Blazes auch. Oha. Aua. Okay, nein, Leute, die sind zu weit weg. Okay. Vielleicht hat er irgendwas hier gebaut. Okay, lass uns mal hier ein bisschen umgucken, meine Freunde. So, machen wir den ganz kurz weg. Das noch mehr, Leute. Oh mein Gott, Alter, sind das... Okay, den haben wir schon mal. Oh, 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 oh. Okay, Leute, wartet mal. Ist hier noch irgendwas? Könnte hier seine Base sein? Hm, hier sehe ich aber gerade nichts. Wir müssen mal ein bisschen hier rumfliegen, Leute. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir seine Base finden. Oh, warte mal. Hier ist wieder so ein Ding. Hier ist wieder so was... Was ist das denn hier? Hier ist ein Endkristall, Leute. Ist das die Base von Timmy? Leute, das sieht aus wie so eine Base. Da ist Timmy! Okay, Leute, da ist Timmy. Was hat er vor? Wir essen nochmal einen Goldabbrill. Wir haben die Base von Timmy gefunden, Leute. Okay. Er hat versucht, in Lava zu schwimmen, Leute. Oh mein Gott. Er ist da runtergefallen. Ja gut, das ist der Dolly, Timmy, wie man ihn kennt, ne? Hier können wir uns einen runterbauen. Okay, meine Freunde. Wow, guck mal, was da ist. Da ist eine Falle. Da sind mehrere Fallen. Okay, wir müssen uns das mal hier anschauen, Leute. Timmy ist gerade wahrscheinlich schon vielleicht irgendwo anders gespawnt. Ob wir den hören irgendwo. In den Kisten ist nichts drin, Leute. Hier sind Kisten. Wenn nicht, dass da irgendwas Böses da drin versteckt hat oder so. Okay, Leute, das mache ich echt unbedingt. Aber wir müssen einmal wirklich hier spionieren. Okay, hier ist aber nichts, ne? Ich glaube, da hinten waren aber so kleine Kistensachen und so. Was steht hier? Dann muss Frieden zwischen Team D und Höllenkrieger herrschen. Ich hoffe, von euch zu hören. Hallo, Höllenkrieger. Ich habe eure Base gefunden. Liebe Grüße, Banks. Wenn ihr eure 4-6-Kader-Fahrer wollen, dann muss Frieden zwischen... Leute, Banks will Frieden mit den Höllenkriegern machen. Okay, hier ist aber auch nichts Böses oder so. Hier war die Falle hinten. Leute, hier ist nichts, was ich finden kann. Wenn du was gegen Timmy spricht, müssen wir uns da ganz kurz hier aufbauen. Der ist ja alles voll in Spinnnetzen und so. Als wir das hier auch komplett ruiniert geworden. Irgendwer hat das hier kaputt gemacht. Okay, ich bin diese zwei Türme durchgegangen heute und wir haben nichts Böses gefunden. Dort hinten ist noch so ein kleiner Tempel irgendwie. Was steht hier? Vorsicht, Turangebiet. Turangebiet? Okay. Oh mein Gott, was war das denn? Okay, Leute, die ist besser beim Abbauen, aber ich habe nichts gefunden. Vielleicht hat Timmy das doch ernst gemeint. Vielleicht will Timmy ja doch Frieden haben, meine Freunde. Oder was ist das denn? Ja, das ist ein Teil von der Burg. Okay, Leute, eigentlich, ich kann ihm jetzt wirklich nichts Böses hier unterstellen. So, wir gehen mal hier. Hier ist ein Nether-Portal, Leute. Was glaubt ihr, Leute? Mein Timmy ist ernst mit dem Frieden. Wir haben seine ganzen Sachen durchguckt. Schreibt mal gerne in die Kommentare. Hättet ihr mir jetzt so eine Chance gegeben? Weil ich glaube, ich werde es machen, Leute. Wenn wir sagen, er weift nicht da ist, muss ich versuchen, für den Frieden hier zu sorgen. Also wir sind irgendwo raus, Leute. Wir werden uns hier erstmal rausgraben. Ich werde zurück zu Himmelsinsen fliegen. Lasst mir immer gerne ein Like und ein Abo da, meine Freunde. Wir sehen uns das nächste Mal wieder und hoffentlich ist dann ein Weif wieder zurück. Alles für den Frieden auf der YouTube-Insel. Ciao.